hallo und willkommen zurück meine lieben freunde ich bin's euer odo nachdem wir das letzte mal ein wenig stuck wir sagen nicht weiter gekommen sind ein paar dinge die ich mir schon damals gelegt habe und wo ich mir gedacht richtig auf die andere seite des balls kommen wir wahrscheinlich mit diesem fisch hier und zwischen den episoden bin ich jetzt darauf gekommen dass es da unten tatsächlich noch etwas gibt und zwar ja da ist ein bolt und wenn ich versuche den ich brauche ein tool dafür dass es wahrscheinlich wahrscheinlich von dem typen von dem magier oben außerdem bin ich auch gekommen wir können diese dinge da verwenden jetzt habe ich da vorne eine magneten okay ich muss zugeben das habe ich nach das ding kann ich dann verwenden um das gegenstehen gegenstand für den onkel von tag aus dem ball raus holen heißt next stop ball dort müssen wir und ich bin auch drauf gekommen wie wir das reparieren oben also im endeffekt drei dinge die wir dort machen können schauen wir zuerst einmal darüber also das ist unten das schauen ob das klingt ob man das schaut dazu brauchen wir wie schon gesagt das können wir mit dem regieren lassen den ring okay wir haben den das ist da wie er ist ein gefühls ring ich wollte wissen wie ob max auch happy ist okay 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 Nein, schmerzige Splinter, die Dinge interessieren. Jetzt, was kann ich für euch machen? Was würdest du tun, wenn jemand, sagen wir, 94 Yards auf den Ball? Wir schießen ihn, schießen ihn und verkaufen ihn als Jerky-Treats. Okay, das hatten wir schon alles. Wir können ihn nicht auf den Ring ansprechen. Na gut, dann fahren wir rauf. Let's move up. Hallo. Die ist bei mir im Hintergrund. Komm, gib Gas. So. So. Versuchen wir nochmal von dem Typen das Werkzeug zu... Vielleicht müssen wir sprechen mit ihm, wenn das Werkzeug direkt vor ihm... ... identifying wie immer mit dem Typen das Werkzeug zu verabschreiben. Jetzt. Ich habe nicht gehört von dir. Über Conroy, ich habe gesagt, nicht zu f***ing fragen. Na gut, tschüss. Kannst du das aufbauen? Er sieht schon ziemlich verwirrt. Okay. Er ist nicht mein Typ. Er ist nicht mein Typ. Ich benutze nicht indiscriminativ, außer Max. Er sieht sicher genug aus. Nein. Na gut. Dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir das ja an dem Ort, den wir hier finden. Weil... Ich kann mich nicht mehr zusammen tun. Es fehlt nämlich... ... diese. Uh. Mount Padritch. Mount Padritch. Ist das, was wir suchen? Hm. The largest stump in the world. Uh. Wo ich die jetzt finde? Auf der Karte? The turtle plane of acid rain. Das sind ja wo viele Sachen, die man hier findet. The enchanted Argyle Forest? Was auch immer das heißt. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht zeigt das nochmal. Argyle? Was heißt Argyle? The inexplicable Valley of Lights. The inexplicable Valley of Lights. Mal schauen. Was ist nochmal? I don't think that's the right place. Mount Padritch ist nicht da right place. Ah. Ah. Schönen wir mal. Okay. Schönen wir mal, ob das der richtige Ort ist. Nein? Okay. Biggest Stump in the world? Noch nicht? Was haben wir noch gesehen? Nein, das hatten wir schon. Ah, die Acid Plane. The Plane of Acid Rain. Turtle Plane of Acid Rain. So. Was hatten wir noch? Warten wir schon. Das hatten wir jetzt schon. Oh. 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 Das hatten wir jetzt schon. 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 Wir hatten alles. Das ist interessant. Oh. Das ist ein Rock. Das ist ein Rock. Das ist ein Rock. Das ist ein Rock. Ich glaube das ist das richtige Ort. Echt? Aber warte mal, wenn wir den Rock auch gesehen haben, was müssen wir dann sehen? Oh Gott. Noch die Wiederholungen. Die Felder werden ja wohl kaum sein, oder? Ich glaube, ich kann den Rock sehen. Hm, das ist ein Rock. Und das ist zwischen den beiden Sachen, die Shabuul sagte, es war zwischen. Es muss ein Frogrock sein. Ahhhh. Verdammt, man hätte ihm zuhören müssen. Das war vor Ewigkeiten, dass ich das gehört habe. Weil... Ah, ah. Ich denke, ich kann den Frogrock sehen. Er ist nicht mein Zeitpunkt. Nichts. Was machst du? Ich benutze meine Telekinetik-Powder, um meine Tools zu verbinden. Warum? Um mir zu helfen, das Rotatungsmechanismus auf diesem f***igen Diner zu fixieren. Na, das macht Sinn. Was sind diese Malform-Tools für gut? Viele Sachen. Wie die schweren Diner zu erreichen. Jeder Ort ist schwer für mich zu erreichen. Würdest du eine freie Sample? Klar, lass mich einen für dich machen. Es ist alles dein. Danke. Was gibt es echt nicht? Ja, tschüss. Ha! Ja, dann use it halt. So, zwei Möglichkeiten. Entweder zuerst zu Frogrock oder zum Fisch. Gute Frage. Fangen wir zuerst zum Fisch. Zum Fisch. Dass wir dort endlich was richtig Sinnvolles tun können. Ah, stimmt nicht. Wir haben dort auch den Bucket of Fisch gekriegt, den wir für die Alligatoren gebraucht haben. Schaut tatsächlich praktisch aus. Das hat den Trick gemacht. Wenn ich jetzt reingehe... ...klumpen wir ins Wasser. Hey Max, komm hier! Geronimo! Geronimo! Ah! A-ha-ha! JOh! Du musst first die Mitle gewinnen zu schicken mit denen die Whylie Ubertrout stocken. Sie sind jeden von den zehn moins liberat producten Erfahrungen in meiner Leben,raw cite ich, Sam! Scheiße! Ich bin ein Trout, scheiße! Ich bin ein Trout, dummer! Chorale Trout! Ich hab immer gesagt, dass du bist aus Technik. Also ich habe mich schon gewundert, wie kriege ich ihn auf den Dings, auf den Sack drauf. Ich frage mich, wie dieser Koch auf die andere Seite gekommen ist, der kann sich ja wohl nicht auch als Dings verkleidet haben, oder? Als Fisch verkleidet haben, um auf die andere Seite gebracht zu werden. Der Fischer ist auch weg. Ich frage mich, ob wir jetzt noch mal dorthin müssen, wahrscheinlich. Auf der anderen Seite müssten wir in der Lage sein, auch das Seil zu kriegen, von dem wir zuerst gesprochen haben. Man muss das oft in einem durchmachen. Hattest du das? Ah, Max? Was ist das Dings? Das war ja einfach und schnell. Ich wollte mit dem noch reden. Hey, wie wollen wir unser Auto zurückbekommen? Warte auf. Haben wir das Seil? Das war doch der Hauptgrund, warum wir da rauf sind, damit wir das Seil kriegen. Irgendwie habe ich jetzt was los. Äh... Okay. Kann ich... Kann ich bitte mein Seil haben? Das ist ein komplett nichtverwendiges Dingamabob. Hey, Dauer-Docent-Person. Kann ich dir helfen? Was würdest du tun, wenn jemand, sagen wir, 94 Meter aus dem Ball? Wir schießen, schießen und verkaufen sie als Jirky-Treats. Wie hast du diesen Job, in der Fall? Ich habe mein Weg nach dem Topen, trampelnden, als foolish genug, um in meinem Weg zu kommen. Es sind Plätze wie diesen, die mir wünschen, dass ich Kanadier war. Aber sie haben einen von diesen beiden, aber halb davon ist französisch. Okay, wie komme ich zu meinem Seil? Ich meine, ich habe da jetzt Seil abgeschnitten, damit ich das Seil kriege. Und jetzt habe ich kein Seil. Aha! Komme ich jetzt nach rückwürgen? Vielleicht komme ich jetzt nach rückwürgen? Interessant. Das war vollkommen pointless. Ich glaube ich. Nein, wir kommen natürlich nicht auf die andere Seite. Warum sollten wir auch? Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft, wieder irgendetwas zu machen, weswegen wir stuck sind. Aber gut, was soll. Wir haben immerhin den Ring, das heißt in Wirklichkeit können wir auch schon zum Vortex fahren und mit dem Onkel vom Tag sprechen. Wieso bist du so rumgegangen, Sam? Okay. Meine lieben Freunde, es sind eh schon 20 Minuten vorbei. Ich glaube... Wir fahren als nächstes zum Frosch. Und dann erst zum Onkel vom Tag. Zum Frog Rock. Aber das machen wir das nächste Mal. Bis dann. Schönen Abend. Und ciao. Und ciao. Und ciao.